Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sprite Seating mit Chrono Trigger. Wir sind mittendrin im Black Omen, im wieder in die Luft aufgestiegenen Ocean Palace auf dem Weg zu Lavos hin. Und es scheint wohl ein großer Boss uns davor zu stehen. Wir stürzen uns einfach ins Vergnügen. Ja, oder auch kein großer Boss. Es geht einfach weiter. Aber wenn ich mit den Nus dort gesprochen hätte, die hätten uns... Oh, was ist das denn? Die hätten uns einfach wieder rausgeschickt oder wieder raus wollen würden, aber... Oh, ähm... Sieht ein bisschen aus, ist das so der Nispel? Ne, das ist Tapster. Okay. Ähm... Was kann ich denn für eine Attacke machen? Warte mal, ich hab jetzt Magus und... Ähm... Mal mir dazu geholt. I Sword 2. Okay, und ein Dark Matter. Oh, ich hätte Magus vielleicht mal den... ...2400. Oh! Oh, sehr gut. Tapster haben wir geschafft. Ich sollte vielleicht Magus dann das... ...den Silver Stud geben, oder? Obwohl... Ey, komm, ich hab so viele Regenerations-Items. Da kann ich ab und zu auch mal eins verwenden. Ah, ein paar Elgathos. Aber die haben ja die Segel gestrichen, die Cybots nach einem Luminaire. Ey, und halbe Energie weg. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Komm, gib mir einen Full Tonic. Dann krieg ich wenigstens 500 dazu. Falls das jetzt nicht gereicht haben sollte. Doch, hat gereicht, ne? Joa. Find ich gut so, dass es gereicht hat. Hyper-Ether. Okay. Den Dödel kann mir egal sein. Oh, oh, man. Ich hab's tatsächlich vorbei geschafft. Das kann ja nicht angehen. Ein Zodiac Cap. Ist das ein Equipment? Ist das denn eine Zodiac Cap hier gewesen? Ein Hut oder nicht? Zodiac Cap, da. Ah, Zodiac Cape. Eine Armor. Ach, okay. Nicht Cap, ein Cape. Das ist dann wahrscheinlich für Magus. Nein. Das ist nicht. Ach, oder für Marl. Den Eons tut, den tauschen wir mal gegen das Zodiac Cape. So. Ja, scheiße. Jetzt hat's natürlich... Ich wollte eigentlich nur dran vorbei. So, physische Attacken nicht vergessen. Ja, und Magus mit seiner Sichel. Und er zuppelt sich so lange, während er nicht angreift immer an den... an den Handschuhen rum, als ob er die dann gerade anziehen will. Du bist doch hier kein Doktor bei der Proktologie. Was soll denn das? Oder es ist eine komische Stellung oder sowas, sodass er nur bereit ist, dann gleich loszuzaubern. Aber ich frage mich auch, wo kommt denn dann seine Sichel her? Er hat sie natürlich nicht in der Hand wirklich, ne? Sie materialisiert sich dann. Oder er hat sie vielleicht versteckt irgendwo bei sich. Weil, wenn man darauf achtet, die anderen haben ja ihre Waffen immer dann in der Hand, sobald der Kampf losgeht. Chrono sein Schwert, aus der Scheide rausgezogen. Und... Mal ihren Bogen. Okay, nö, die können wir... Ach, scheiße, natürlich, da will ich mich da vorbeistehen. Das geht natürlich nicht. Das klappt natürlich nicht. Aber... Zumindest das klappt... Ah, und auch sehr schön, da haben wir gesehen, das Frenzy Bans. Das Accessory, was ich... Dann dem Wert Magus gegeben habe. Er hat sofort zurückgehauen, nach dieser ersten Attacke. Und uns quasi einen Bonusangriff beschert, den wir sonst nicht hätten. Ey, Leute, trifft doch auch mal. Poh, auf jeden Fall mich das nervt. Ja, oder lauft immerhin weg, ist mir doch egal. Oh, äh, und mir fällt da gerade ein, ich wollte ja Chrono's Hitpoints ein wenig, ähm, ja, auffrischen. Das machen wir jetzt mal. Okay, Quill 2 war ein bisschen viel, aber egal. Oh, was ist... Ah, warte mal. Ne, nicht Luminar. Luminar hat die wieder geheilt, ne? Aber dafür kriegt ihr mal ein Dark Matter, ihr Penner. Ich kaufe einmal physisch an. So. Okay, Dark Matter ist scheiße. Physisch, physisch. Die Penner nur angreifen. Was hab ich denn das letzte Mal gemacht? An Fire 2, glaub ich. An Fire Sword. Müsste das gewesen sein. Der Part geht mir jetzt auf den Sack mächtig. Geh mal ein Sword. Geh mal ein Full Tonic an Magus. Weil das ist ja nicht nur eine magische, sondern eine physische Attacke eigentlich, ne? Ja. Deshalb zieht das auch gut ab. Ah, wir geben mir einen Spin Cut. Für die Saftnase. Reicht natürlich immer noch nicht. War noch ein Spin Cut. Was ist denn mit Marl eigentlich? Wieso darf die nicht angreifen? Oh, ja. Und den hätte ich vielleicht gleich mal angehen sollen. So, das ist jetzt genug. Nein. Nein. Ah, doch nicht genug. Okay, aber jetzt. Ja. Ah, jetzt ja. Ein Insel. Hit Points reicht noch aus. Ich muss die nicht aufleveln. Oh, scheiße. Ich werde sofort gelockt, oder? Oh, Mann. Ich glaube nicht zwar, dass die mich jetzt schlagen werden können, aber... Einfach die... Ja, die Gewissheit, dass ich keinen Magie da benutzen kann und muss die alle nacheinander weghauen. Ja. Übrigens sehr schön, dass Chrono natürlich immer das rote Leuchten hat, wegen des Auto-Haste. Haste ist super. Ich liebe Haste. Ist mein liebster Zauber in allen Spielen. Besser als Buff oder Debuffs. Obwohl, okay, da kann man wohl nicht so richtig dagegen ankommen. Viele Spiele, also speziell ja auch im MMO-Bereich, geht ja nichts über... Also manche Sachen funktionieren nur mit Buffs und mit Debuffs. Plus, ähm, Stärke für die eigene Angriff und Abwehr oder Schwächen des Gegners gewissermaßen. Wenn ich an Super Nintendo und Buffs und Debuffs denke, an solche Zauber, die mit Stärkewerten dann Manipulationen arbeiten, dann muss ich am ehesten an Lufia 2 denken, weil dort habe ich sehr exzessiv mit solchen Buffs und Debuffs gearbeitet. Ich glaube, es wurde auch vorausgesetzt vom Spiel. Got one Power Seal. Was macht das Power Seal? Ah, Power Seal. Wo könnte es denn da... Accessory, okay. Mal sehen, was man da mit anstellen kann. Power Seal. Oh. Oh. Guck mal, die Kraft. Wenn ich das anziehen will, würde meine Kraft noch um 10 steigen. Und meine Power, ne? Von 92 auf 2 Sterne. Das heißt, ich hätte ausgelernt mit der Power. Oh Mann. Aber nein. Ich behalte meine Accessories. Oh, ihr Penner. Oh, was kommt denn da? Obwohl, den konnte ich mit Lumine, ne? Den Tabster. Ey, ihr MP-Klauen den Schweinepriester. Ihr MP-stehlenden Schweine. Das ist doch alles nicht... ...wahr. Das hat immer noch nicht gereicht. Warum reicht sowas nicht? So, jetzt aber. Okay, ich bräuchte mal einen Hitpoint-Boost an dieser Stelle. Irgendwas sagt mir, dass... ...ich bin noch nicht so enorm weit in diesem Dungeon. Da gibt's noch wesentlich mehr. Aber man merkt, warum... Also, ich merke hier auch schon, zum Glück ist es der einzige Dungeon, der in dieser Fasson gemacht wurde, so kurz vor Ende. Damit man nochmal vernünftig aufleveln kann. Wenn man's nötig hat. Ähm... Ups, ne, ich will doch hier... ...wenn mal. Weil auf Dauer hätte ich dieses Schlauch-Scheiß nicht ausgehalten. Aber hier ist auch Sinnzweck und Verstand. Immerhin. Ja, natürlich. Die hier auch. Komm, Lumina reicht aus. Schön, dass das ein Windbr Tamb Member macht. Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee. Tsch-Sie-Ssssshhhh. J PD-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee Ein Speedtab, yay. Ich muss beim allerersten durchspielen, oder zumindest wo ich das damals noch ganz normal auf meinem europäischen Super Nintendo gespielt habe, relativ lange Zeit damit verbracht haben, denn ich habe es ja auf einem europäischen Super Nintendo mit Adapter gespielt. Das bedeutet, ich war ja 17% langsamer sozusagen, wegen der PAL-NTSC-Diskrepanz dort. Das heißt auch, dass ich dann 17% länger gebraucht habe, um das Spiel zu spielen. Wahrscheinlich ist es doch wirklich so an die 30 Stunden dann hingegangen, Realstunden, aber ich weiß gar nicht, ob dann... Dann ist wahrscheinlich auch der Counter hat nicht richtige Minuten gezählt, sondern hat, ja, eigentlich wenn in der echten Welt eine Minute vorbei war, hat er nur von 40 Sekunden oder sowas gezählt. Aber ich habe mittlerweile schon so oft dann die PlayStation 1-Fassung durchgespielt, oder wie jetzt auf der Virtual Console, wo ich eben die volle 60 Hertz Geschwindigkeit habe und auch die Musik schon so oft separat gehört, dass ich mich gar nicht an meine 50 Hertz Balken-Quetsch-Version von Anno dazu mal erinnern kann. Was wolltest du machen? Ach nee, ich wollte... Moment, in meinem Gelaber habe ich ganz vergessen. Ich wollte ein bisschen Ether einmal nehmen. A für Chrono, A für Sie. Einmal da. Wahrscheinlich jetzt, wo ich das gemacht habe, kommt direkt ein Save-Punkt vor mir. Aber egal. Ach du meine Güte, was ist denn hier jetzt? Okay, jetzt bin ich auf einmal bei Blobs und Aliens angekommen. Die habe ich so bisher noch nicht gesehen. Ist aber auch verständlich, wenn Lavos ein Organismus aus dem Weltraum gewesen ist. Ah, aber zum Glück, selbst im Weltraum ist man vor Luminaire nicht gefeit. Ja, die Herkunft von Lavos, wo ist er hergekommen? Warum er hier ist, das werden natürlich dann einige Sachen sein, jetzt nicht direkt die Herkunft, aber andere Sachen werden in Richtung Abspann hin beantwortet auf die eine oder andere Art. Aber die Herkunft von Lavos, von welchem Planeten er gekommen ist und was dann eigentlich der Sinn und Zweck ist, außer sich zu reproduzieren oder sich jetzt hier reinzugraben in die Chrono-Trigger-Welt und sozusagen dort... Oh, okay. Brand vorbei. Warum auch nicht. Ähm... Es war sehr interessant. Aber zu versuchen, das zu ermitteln, vernünftig. Kommen keine Blobs? Oh, scheiße, nur Aliens. Ich mochte die Blobs, doch die haben so komisch ausgesehen. Ähm... Der richtige Nachfolger von Chrono-Trigger ist ja natürlich Chrono-Trigger auf der Playstation 1, was ja legitim die Story aufgegriffen hat. Zwar andere Gaming-Sachen damit gemacht hat, ich mag Chrono-Trigger sehr gerne, hat zwar ein paar doch sehr große Eigenheiten, was die Story und was das Gameplay angeht, aber es war ein interessanter Nachfolger für Chrono-Trigger, leider nicht in dieser Qualität und Perfektion, wie Chrono-Trigger es gewesen ist. Ähm... Aber der eigentliche legitime Nachfolger von Chrono-Trigger ist in meinen Augen Xenogers auf der Playstation 1, weil unter anderem auch sehr, sehr viele Leute, die an Chrono-Trigger gearbeitet haben, quasi zu Xenogers dann rübergegangen sind. Der Story-Schreiber, Masato Kato, Jesu No. Romitsuda, der Musiker, diverse andere, ich glaube die Battle-Programmer oder sowas sind mit bei gewesen. Eigentlich ist das so ein bisschen der spirituelle Sequel. Wo ist denn mein Shelter da? Und ähm... Dort gibt es auch storymäßig einige Parallelen zu Chrono-Trigger und Xenogers. Also man sieht es glaube ich sogar direkt danach, Luca hat ein Cameo in diesem Spiel, sie taucht als Verkäuferin im Dorf, im allerersten Dorf, wo man startet. Ja, da ist sie im Laden und verkauft dort etwas. Oder ist die Verkäuferin auf jeden Fall, befindet sich hier in einem der Läden und verkauft entweder etwas oder gibt einen Nachhilfe. Also gibt es diese direkte Verbindung dort schon mal. Und es gibt auch storymäßig einige Parallelen zwischen, ja, was Lavos hier angeht und einem weiteren Wesen, was sich dort befindet. Hatte ich nicht noch lauter Tabs? Hier, so, verwenden. Die gebe ich alle Chrono, so. Ah, ich habe ausgelernt mit Chrono Speed, also geht das nicht mehr. Dann gebe ich das mal einfach ein. Sehr gut, sehr gut. Gut, das heißt, wenn wir jetzt dann einmal schauen, Chrono Speed Level ist schon auf zwei Sterne. Wir haben also alles vollgekriegt, was das ist. Auch sehr befriedigend, diese zwei Sterne Anzeigen zu sehen, weil man weiß, hey, man hat gut bis hierhin gearbeitet. Ja, die Parallelen sind storymäßig. Dann, da, warte mal, habe ich denn gemacht, was ich machen wollte? In meinem Erzähldrank habe ich das Shelter benutzt? Habe ich benutzt, okay. Und dann einmal speichern, auch wenn ich schon mal gemacht habe. Ist aber egal. Sicher ist sicher. Ja, und ich glaube, es sind wahrscheinlich auch viele Analysen dann geschrieben worden, wo denn Parallelen zwischen den beiden Universen und Welten existieren könnten. Ist Chrono Trigger eine Side Story von Xenogears? Oh, noch so ein Mutant, ne? Was hatte ich denn vorhin gemacht? Oh, ich hatte so eine... Warte mal, machen wir erstmal Dark Matter. Und dann ein Ice Sword. Hauen wir dann dort rein. Ich hatte diese Giga-Attacke zwischen, äh, oder besser gesagt, mit Luka und Robo dann losgelassen. Muss ich, glaube ich, einmal dann hier ersetzen. Bei dem Mutanten hier. Das sind wohl unsere Endbosse du jour. Ja, die Endbosse, die Bosse des Tages. Die Hörer darauf warten, vernünftig vermöbelt zu werden. Ah, ich ziehe schon ein bisschen weniger damit ab, ne? Ich hätte besser so, vielleicht mit Frog dann irgendetwas machen müssen. Äh, hilft Luminar was? Luminar müsste eigentlich immer helfen. Physische Attacken bringen, nicht so viel bei dem, ne? Ich brauche echt gute Magien dann. Guck mal, selbst mit meiner kräftigen Sichel nur 25 abgezogen. Ich... Hm... Ich traue mir irgendwie nicht zu, für einen Sprite-Sing mal Xenogears dann nochmal zu nehmen. Ich habe das Ding zwar nicht so oft gespielt wie Chrono Trigger, aber trotzdem zwei, dreimal durchgespielt in den vergangenen Jahren. Und das ist eben noch ein wesentlich anderer Schnack als so ein Chrono Trigger, ne? Hier haben wir zwar eine fast schon Rekordzahl... Ja, nicht fast schon, wir haben eine Rekordzahl an... ...an Folgen. Die wir hier für das Spritchen gehabt haben. Aber das ist auch nur, weil ich hier relativ ausführlich gespielt habe und wir nah an den 30 Stunden dann dran sind. Das einmal so verdeutlichen zu können. Xenogears würde ich, selbst ohne die Erklärung, ähm, dann an die 60, 70 Stunden spielen. Wenn ich ganz schnell durchs Spiel gehe, mit den Erklärungen und mit nach Möglichkeit alles zeigen wollen, wäre das wahrscheinlich über 100 Stunden. Und dann läuft dieses Sprite-Sing noch bis zum Jahr 2016 und wir werden gar nichts anderes sehen. Ähm, und es ist natürlich harter, heftiger Tobak, weil die Geschichte kriegt man selbst, wenn man sie nochmal so erlebt, nicht direkt zusammen. Und jetzt habe ich nicht ganz darauf geachtet. Also, vorerst werde ich wahrscheinlich nicht Xenogears in dem Sprite-Sing oder sowas hier angehen. Lieber dann so ein paar ältere, schöne Retro-Sachen, die knackig und kurz einigermaßen sind. Vielleicht wird's ja mal ein Zelda oder sowas demnächst. Oder, naja, gut, das Landstalker haben wir ja auch immer noch parat, plus diverse andere Sachen, die mir noch im Kopf herumsputen. Aber ich habe ein bisschen so nicht den Bock, wieder so ein Langzeit-Projekt anzugehen, wo ich dann beim Spielen und im Schnitt beim Erklären dann noch gefühlt für Jahre zusätzlich beschäftigt wäre und der Spielspaß ein bisschen auf der Strecke bleibt. Obwohl das immer noch ein sehr cooles Spiel ist, Xenogears. Ah, aber auch ein Spiel, was vielleicht am meisten von dem Remake, einem verbesserten Remake, dann profitieren will, weil da gibt's so viele Sachen, die man dran verbessern könnte. Ganz anders als bei Chrono Trigger eben, ja. Chrono Trigger kann man wirklich nicht besonders viel verbessern. Für die Art, für die Spiel, die es ist, hat es eigentlich das Genre ausgereizt. Guck mal, jetzt geht's nach oben statt nach unten. Aber wir dürfen hier auch nochmal ein paar Gegner behaken, bestimmt, das kenne ich doch. Oh Gott, nicht die... Ich hasse die Ruminators. Weil ich nicht einfach mal so einen Zauber loslassen kann. Da muss ich einfach mal einen Spin-Cut lieber erstmal machen. Ja, aber ihr könnt mir gerne ja mal immer weiter in die Comments oder sowas reinschreiben. Ich bin immer für Vorschläge für diese Sprite-Sings offen. Letzten Endes aber natürlich auch, muss ich selbst für mich dann sehen, wofür ich einerseits Zeit und einerseits Bock habe. Aber so Denkanstöße sind eben immer willkommen, ne. Und zu sehen, ey, an diese Spelle hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich plane das zwar jetzt nicht sofort, aber vielleicht behalte ich mir das für nächstes Mal im Hinterkopf. Wenn ihr so gewisse Ideen und Vorstellungen habt, was hier ganz gut reinpassen würde, wo ihr mal ein wenig ein Spiel präsentiert bekommen wollt, oder was ihr nie zu spielen bekommen habt, oder mit mir gemeinsam so auf einen virtuellen Spaziergang dann gehen wollt, einfach mal reinschreiben. Jetzt, wo sich Chrono Trigger dem Ende nagt, brauchen wir natürlich auch adäquaten Ersatz. Und adäquat wird schwierig bei Chrono, was Vergleichbares zu finden. Okay, guter Level ab. Jetzt noch ein Gegner. Na? Oh, oder auch nicht. Sehr gut. Oh, Mann. Das ist ein sehr ermüdender Palast hier. Das ist der einzige Dungeon, der wirklich anstrengend ist und schwierig durchzukriegen. Aber die Gründe dahinter habe ich ja auch dann ausgeführt. Hier muss man auch das in Anführungsstrichen Schlechte mal im Kauf nehmen, dass da keine Abwechslung in diesem Dungeon ist und nur Kampf an Kampf an Kampf an Kampf dabei. Weil das ja auch der Sinn und Zweck zum Aufleveln kurz vorher noch mehr ist. Und es fühlt sich dann ja auch ein bisschen, Mann, guck mal, wie viel ich da noch mal kurz vor Ende so wegballern musste. Und damit ich zum letzten Endgänger komme. Man hat ja oft bei Rollenspielen speziell, wenn es so kurz vorher in den offiziellen letzten Dungeon geht, wo man weiß, scheiße, ich werde jetzt wirklich Stunden in diesem einen Kerker beschäftigt sein und unendliche Türen dann absuchen müssen und irgendwelche Geheimgänge finden und viele, viele Gegner zwischen Bosse bekämpfen, wahrscheinlich noch nicht mehr speichern können zwischendurch. Ich kenne viele Leute, die da gerne mal aufhören an solchen Punkten im Spiel und einfach das Spiel so die letzten zwei, drei Stündchen, die das wahrscheinlich dauern würde, obwohl sie vorher schon 60, 70 Stunden investiert haben. Nee, ich habe eigentlich wirklich Bock drauf. Das verstehe ich. Das habe ich auch mit ein, zwei Sachen so mal gemacht. Aber ich bin dann Jahre später hingegangen und habe sie dann nachgeholt, um mal diese, ja, dieses kleine Schand mal dann wegzukriegen. Okay, es hat nicht funktioniert. Wie gingen die denn beiden nochmal weg? Luminar, ne? Nee, warte mal nicht. Nee, doch, Luminar. Luminar und Dark Matter. Aber auch wenn das hier schon an die Dutzend Male mit dem Durchspielen ging, ah, okay, Luminar war falsch. Das waren die anderen. Es stimmt. Die Goons mochten keinen Luminar und der andere Zauberwürde jetzt auch. Der wird sie auch heilen, wie blöde, ne? Ich muss physische Attacken machen und Eyesword. Das war's. Auch wenn es ans Dutzend hingeht mit dem Durchspielen, es macht immer wieder Spaß. Was soll ich sagen? So, und Magus greift sich gleich mal ein ein Full-Tonic. Weil ich will Mal und Chrono-Lieber dazu verwenden, schön heftige Zauber zu machen. Zack. Ach, nicht Luminar, nicht Luminar. Ich vollidiot. Fast. Komm Mal, ich warte doch nur auf dich. Mh, nervt mich nicht so rum. Komm, 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 komm. So. Eyes too. Electric Boogaloo. Und, 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 und. Ach, komm, hör auf damit. So, dann gib mal ein Full-Tonic an Mal. Komm, 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 komm. Das ist eine normale Attacke. Vielleicht reicht das ja mit dem Ice-Sault und der normalen Attacke jetzt. Müsste auch an die zweieinhalb Tausend gehen, im besten Fall. Okay. Oh Gott. Da war doch was mit dem hier. Das, ah, das waren die Tabster-Warns. Die haben nach nem Luminar aufgegeben, das weiß ich noch. Und die tanzen da auch noch, wie blöde. Spacken. Aber ich habe ich 1900? Ja, 1985, 1989. Das hat ja nicht mal gereicht. Was soll denn das? Und Krono ist tot. Ach du, meine Kajüte. Ach du, Schande. Aber zum Glück hat das gereicht. Okay. Puh. Alter. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aha. Okay. Genug, genug. Oh, okay. Ach, verdammt. Es war zu attraktiv. Zu attraktiv. Diese Kiste. Da ganz weit hinten. Oh, ja. Ein Allaufnahmengeschäft. Oh, und... ...Guard Run Speed Tab. Und ein Save-Punkt. So, ich benutze hier einmal ein Shelter. Das hilft denen ein bisschen, aber ich muss meine Batterien auch einmal regenerieren. Deshalb werden wir heute diesen Teil von Sprite Seen mit Krono Trigger hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denzen. Ciao, ciao. Und bye, bye. Bis zum nächsten Mal.